Ja, da sind wir wieder zurück. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan Exile mit Jack Fleischhammer und dem Spielekaiser. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich habe eine Idee. Wir müssen in diese Richtung. Folgt ihr mir? Einfach vertraut ihr mir? Wir suchen Tänzer. Nein. Achso, ja. Dann sind wir soweit. Nein, wir brauchen aber erst schon wieder eine Keule und ein... Genau, das ist wichtig, ne? Wir brauchen eine Keule und so ein Ziehding, ne? Na gut. Wolltest du ja nicht gesagt haben, ne? So, eine Zeile braucht zehnmal Kottel. Ich habe übrigens ein Langschwert. Wer von euch möchte ein Langschwert haben? Ich habe ein Breitschwert. Zeig mal, wie sieht das aus? Ein Langschwert? Ja, hier kommen wir hinten. Eine Schmiede hinten. Wo bist du? Alter, oben. Schmiede, man. So, zehnmal Leder und ein paar Stöckchen. Siehst du mich? Ja. Ja, schön, ja. Warte mal, ich ziehe mal meins. Ich kann ja mal in der Rind zimmern. Mal gucken, weil du saßt. Sag mal zimmern. Halt mal das Schild hoch. Treffen sich die Scher... Ja. Hast du? Bist du bereit? Ja. Ich habe schon. Noch mal. Ja, ja. Okay, pass auf. Ich habe noch Streitachs. So, kommt ihr jetzt mit? Ich habe einen Knöppel. Habt ihr auch einen Knöppel? Wir spielen gerade. Ja, nee. Nimm mal bitte. Ich nehme mal das Langschwert, das ist gut. Ich denke, das ist gut. Schmeißt du, ich schmeiße mal hin auf den Boden. Hab noch ein Eisenschwert. Und ich habe den Bogenschützenbein übrigens. Also wir haben Unterstützung. Okay. Kommt ihr mit? Ja, das ist nicht. Ein bisschen mehr zu essen. Ja, das reicht. Das reicht. Steigt nochmal auf mit, was nehme ich nochmal? Vitalität habe ich mir nochmal rein. Ja, gute Idee. So, die lassen wir hier. Nehmen wir mit, davon wollte ich ein paar. Auf geht's. Wo seid ihr lang? Wo seid ihr raus? Fahne. Alles klar. Sind wir zu essen bei? Ja, zwei Stückchen, aber es langt. Die bist du. Rechts oder links? Ja, wahrscheinlich links. Links. Ah ja. Guckt mal, dass ihr so Aloe-Pflanzen, Aloe-Blätter mitnimmt. Das können wir uns Heiltränke machen. Drei Ehen. Drei, ja. Wisst ihr, wie die aussehen? Man sieht das schon klar. Als ob du mit der Wand redest, ne? Patsch. Ja, oder so ein... Dem Ochs ein Zorn gepetzt, sagt man, oder immer? Dem Ochs ein Zorn gepetzt und dann nochmal links, oder? Ein Zorn gepetzt. Okay. Ja, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Wir müssen da fair rüber, praktisch. Dann können wir mal hier oben lang gehen können. Ich bin so aufgeregt. Ich bin schon wieder zu nah ans Macroff. Nee, geht schon. Geht was? Das ist okay für euch. Das ist ein Rundung. Och, Schlemmer. Oh, Spinn. Spinn ist gut. Oh, Spinni. Die wrong Seite. Bitte, vielleicht. Nehmen wir es auch danach. Hint ihr euch? Hint ihr euch? Noch eine? Yeah. Okay. Mach dir immer ein klein hier unten. Ja, ich mach dir hier klein. Mir ist sie weitergekommert. Wir halten jetzt die Kinder... Pizzi, pizzi, teeny, weeny. Kinderseile gerade gekriegt. Und es sind ganz viele Spinnen hier oben noch. Sehr perfekt. Und da müssen wir auch hin, dann nach links. Du tötest, ich nehme sie auseinander. Ja. Ich kann mich nur gerade nicht. Ich bin gerade verkrüppelt. Was ist denn denn... Oh, Elefant. Ihr habt mich ja ledelassen mit Elefant. Was? Ich überlege gerade, was ist das für ein Geräusch? Ihr seid hier links den Weg hoch, ne? Ihr seid den Berg hoch auf Wegen, ne? Nee, nein, nein, sind wir nicht lang. Hier unten. Hier runter. Ah, okay, dann seht ihr mich, wo der Berg ist, ja. Andere Richtung. Keine Munition. Keine Munition. Wo ist dein Bogenschütz? Pack ihn aus. Pack Harry aus. Harry? Nee, das ist ja, dass er dann tötet. Schieß. Was ist denn das jetzt? Ja, das ist ein Sturm. Oh, Sandsturm. Ey, verbibsch. Perfekt. Echt jetzt? Echt jetzt? Mhm. Ach komm, wir müssen mal weiter jetzt. Müssen wir durch. Wo ist denn der? Oh, das knirschweig. Der kommt hier na auf uns zu. Ist euch das bewusst? Cool. Ach du Scheiße. Siehst du das? Unter uns ist eine Höhle. Ich weiß, wo eine Höhle ist. Wo? Wo bist du? Runter, runter. Ja, ich komme. Oh Gott. Hast du einen Bogenschützer eingepackt? Ja, Heik. Ach du Scheiße. Ich bin ja nicht. Sicher? Oh Gott, ich bin runtergefallen. Okay, warte. Das ist halt gut. Hier kann mir nichts passieren. Oh mein Gott. Okay, wo bist du? Nein, 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 nein. Wo bist du? Hier ist keine Höhle, leider. Ich glaube, ich verarsch. Hauptseite ist Nass und lässt uns in Ruhe. Ja, genau. Nicht in die Pferden, Nass und Nass. Hier ist noch nicht mal Zuflucht, glaube ich. Aber uns kann uns... Passiert uns hier was? Ne, was? Ne, das Zeug, was uns jetzt entgegenkommt. Ich habe Rassort entgegen. Hast du gehört? Wo bist du, Fleischhammer? Ja, wir nehmen die. Ne, nehmen die. Kaiser. Kaiser Fleisch. Ei, ei, ei. Ja, wenn es der Sturm nichts macht. Ja, aber so können wir doch nicht laufen, oder? Ja, komm, wir laufen rechts rum. Komm mit, komm mit. Komm mit, wir müssen hier lang. Ich habe nochmal einen Schluck getrunken. Seid ihr hinter mir? Ja. Noch ein bisschen Sand. Da geht sofort die Stamina runter. Kommt, seid ihr hinter mir? Seht ihr mich noch? Ich laufe immer an den Felsmann. Ja, ja, ja. Ich sehe aber Kaiser nicht. Doch, bin hinter euch. Der Hintermann fackt den Vordermann an, an, ja, egal. Penis ran? Nee, ist gut. Wartet nicht, ist der Reim? Wartet nicht so ein Kinderreim? Sind nicht ein Kinderreim? Das ist bestimmt ein Kinderreim vielleicht, Herrmann. Das hat man aber nur bei dir gesungen. Geil. War da? Steht, dachte. Ja, wir haben noch ein gutes Stück, noch ein gutes Stück. Ja, da ist er, ja. Aber der Sturm ist schon beeindruckend, gell? Er sieht gut aus, also kannst du nicht sagen. Kroko links. Ja, einfach weiterlaufen. Wenn der Vieh kommt, kümmern wir uns. Was trinken hier? Da ist ein Anker. Ja, bis da war ich schon mit Wohlan schon. Geankert. Links hoch ist auch weiter. Ist hier eine Höhle? Nee, nein, nein, keine Experimente. Keine Experimente. Nein. Nein. Oh, fett. Nee, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich fett ist oder nicht. Jetzt komm. Lass uns den Tänzer so nennen. Ja, der kommt doch da raus wieder. Nee, glaube ich nicht. Doch, doch. Bin beim Anker. Doch nicht. Wo ist der Anker? Der kommt jetzt gleich. Ja. Bin beim Minas. Achso, da. Wenn du es mal aufs Kinschatz. Aber ich stelle mich da vor. Ja, genau. Ein bisschen seitlich. Ich dachte eigentlich, ja, ich glaube. Oh? Nein. Ruhig, ruhig. Was macht der denn? Da ist irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. So weit ist es noch. Die ist nicht screenshot-tauglich. Der geht manchmal nicht runter, ne? Also, ich hatte ja das vorhin. Ja, ja. Da ist jemand. Wie mal ein Leben. Es geht dann nicht mehr runter. Gebt nur noch runter. Nee. Ja, weiter, 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 weiter. Warte mal. Ach Gott. Ich stehe gerade auf. Moment. Das ist ein Streitmann. Warte, guck das. Guck das, was ist. Bogenschütze. Ruhig, ruhig. Okay, weiter. Wir müssen noch ein gutes Stück. Und zwar hier auf der rechten Seite. Der Cola Cola, die ging mit. Folgt mir. Ich weiß nicht, wie es lang geht. Krokodil. Zwei sogar, schön. Komm mal. Oh. Ja, rot, rot, rot. Reicht. Er ist ja aufgeschlitzt, in den Gedärmen gewälzt. Jetzt über übertreibt der Fleisch. Oh, was? Nein, ich habe irgendwas fallen lassen. Was hat er gefallen lassen? Shit. Was ist, shit? So, warte mal. Geht so. Okay, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ist egal. Ich bin nicht. Ihr seid weitergelaufen, ne? Geradeaus, Alter. Am Fluss entlang. Im Entengang. Ich sehe euch nicht. Ach, da seid ihr. Ups. Oh, jetzt geht's aber. Aua. Oh mein Gott. Slatsch. Oh, da kommt noch mehr. Ja, ich blühe an die Spinne. Blühe an. Au. Sag mal. Geht's noch? Oh Gott. Vergrüppelt. Spinne. Ja. Sehr gut. Noch eine. Ja, zieht schon die Anscheinung drin? Oder das Schwert, ne? Super, ja. Minjas. Echt gut. Hör auf mich zu... Komm mit. Du hast mich gerade abgebaut. Kann das sein? Wo seid ihr? Ja, aber nur ein Stück. Du musst mich abbauen. Oh nein. Ich konnte wieder stehen. An Bord. Ich muss mal... Oh, ich hab so viel Fleisch. So. Wo seid ihr jetzt lang? Es muss jetzt... Ich stehe hier noch. Ich kann mich nicht bewegen. Wo ist... Hier noch? Ähm, irgendwas... Ah ja, ich sehe dich. Hier hoch. Seid ihr da? Alles gut. Ne, ne, wir sind nicht da. Achso, dann seht ihr mich? Ja. Und zwar hier über den Fluss rüber. Ihr könnt schon mal an den Flussseite wechseln. Hier ist noch eine Spinne. Und es wird dunkel. Der dahinter ist er. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p abgebaut. Ja, es dauert. Ruhm sie mal hoch. Ihr seid wieder am Fluss entlang, ne? Nee, nein, nein. Ich sehe euch, ich sehe euch. Ja, ich sehe euch. Wo? Ich? Moment. Wir sind da gerade umgefallen. Ach, eine Spinne war das wahrscheinlich, ne? Nee, das ist ein Mensch, den ich verbrannt habe in der halb kürzester Zeit. Das ist ein Hase. Pass auf. Ich muss mal Fleischfetzen droppen. Pass auf, Alter. Was war das? Oh. Ja, ich habe auch, ich mache mein Inventär leer hier. Macht keinen Sinn, den ganzen Scheiß mitzunehmen, also wutig. Oh! Hey, wo bist du denn hier? Ich habe gerade Fleisch getroppt. Warte mal, das ist eine Beutetasche, die ist ziemlich groß mittlerweile. Die werden ja immer größer. Seesack. Seesack, die esse ich, ne? Ne, brauche ich nicht. Es muss hier sein, irgendwie. Aber wir sind schon ziemlich da. Also noch hart links rum, also zu 90 Grad ungefähr nach links. Dann macht die Knüppel weichern. Das ist Wind. Oh. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung, keine Ahnung warum. Das ist ein... Ich bin da mit dem Mund gespuckt. Hast du wieder so eine Spinne gelutscht? Hier muss es irgendwo sein. Hier muss es irgendwo... Oh. Na toll, machen wir jetzt ein Lager, oder was? Kann man zuerst ein Ball? Ja. Machen wir ein Feuer an. Könnte ich die Fleischwärts von unten wiederholen. Was hast du denn für eine Axt, Minjas? Eine Stein-Axt. Du machst mal fertig, Alter. Wir hatten alles, ne? Ja, hatten. Ne, wir hatten auch jetzt schon eine... Oh, du bist direkt blutig. Aber wie? Mach still. Guck mal, wie blutig der ist. Oh, Moment. Bullslein. Komm, der Tag. Der Mod dahin ist, Formel 1-Rennen geht da runter. Sieht toll aus. Hier hinten dieser Berg, der so frei steht, oder? Wenn du da eine Base rüberbauen. Cool. Komm. Oh, ja. Wir sind spooky. Gut, jetzt lassen wir den Tag machen. Oh, darum das Feuer. Schöne Dinge. Okay, also hier müssen wir jetzt gucken. Hier müssten wir... Was ist denn? Ein Tänzer. Tänzer, genau. Wie würde der heißen? Einfach nur Tänzer? Tänzer, scheinlich. Oder... Billy Idol? Nee, Billy... Wer ist denn dieser Film mit dem Jungen, der Tänzer werden wollte? Ah, toll. Wie willst du denn das jetzt machen? Ey, Schatz. Das ist überhaupt hier. Warte mal, lass uns mal gucken. Geht's hier irgendwo drin? Ja, aber irgendwo hier runter muss es sein. Aber das ist natürlich sehr hoch. Hier, das ist der fette schwarze Turm, ist das. Wir haben wohl Eingang in den fetten schwarzen Turm. Der ist doch scheiße. Darf man sich hier rüber bauen? Oh, what? Hier vorne nicht der Eingang. Ich hätte jetzt schwören können, dass das hier ist, aber... Na ja, wenn nicht mehr... Na ja, wenn nicht mehr... Hier, 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 hier. Au, aua, aua, aua. Bin unten. Ist jetzt da runtergefallen. Oha. Geht's hier rein? Nee, geht's nicht rein. Hm. Oh, sieht das geil aus. Ah, hier unten? Da. Hier ist eine Treppe. Hier jetzt vorne. Sieht das schick aus. Guck mal, guck mal, wo die Sonne gerade aufgeht. Boah, der... Boah. Unglaublich. Oh, ich kann das hier gerade nicht genießen, weil ich gerade abstütze. Ja, 12, jeder, oder was? Ja, perfekt. Oh, was will mich denn hier? Hallo, jene. So, lass mal kurz einen Screenshot machen hier, ne? Das geht so nicht. Da läuft mir jemand ins Bild. Jetzt habe ich einen Kopf im Bild gehabt. Hehehehe. So. Hupf. So. Fotobomb. Ja, hier müssen wir hier rein mit Sicherheit. Oder seht ihr irgendwo noch ein... Guck mal, ich gucke mal auf die Map. Ja, wir sind direkt zu standen. Da vorne ist ein Lager. Hier vorne ist ein Lager. Guck mal. Aber irgendwo muss es da sein, der Scheiß hier, oder nicht? Geht's da nicht rein? Nee. Wir mussten einen Zauberspruch sprechen, dann geht das offen. Abracadabra, Hex, Hex. Geht nicht. Nee, Sesam öffentlich natürlich. Sesam. Ab... Und die 40 Räuber. Boah, das Schwert ist super. Oh, nicht v. Kann man sich nicht... Hier unten ein Viechzeug. Boah, das ist ganz viel Viechzeug hier. Oh, guck mal, die Spinnen, hier ist eine Höhle. Junge, Junge, Junge. Linke Seite, meinst du? Ja, ja, guck mal. Oh, die sehen doch anders aus. Die sind doch... Oh, die sind stark. Albino-Spinnen. Achtung, Hyänen kommen hoch. Ich hab keine Munition. Das ist doof. Da fährt ganz. Da kommt noch eine Hyäne. Kack wie. Kack wie. Kackkose. Ich will nur ein bisschen Seine hier. Womit... Noch ein Spinner. Shit. Danke. Oh, verflucht. Womit bauen wir die Seine am besten ab? Oder... Ach, hier ist noch eine. Noch eine? Ey, was ist denn hier los? Haltet still, Leute. Haltet stand. Mit der Spitzhacker geht es nicht so gut. Ich finde die Axt ging es besser. Boah, so viel Wildfleisch hier, ey. Nein, fuck. Das matsch so richtig. Was ist denn? Boah, fuck. Hilfe. Bin da. Bam. Kommt noch eine. Ja, die spawnen hier, war ich... Oh, Mist. Ich konnte sie nicht wohl nehmen. Hilf, Kaiser. Kaiser. Ist doch nicht wahr, ey. Also, das ist zum Leveln super hier. Ja. Ja, kommt wieder einer. Boah. Nicht nur einer. Das ist doch so ein Steinviech. Achtung. Gleich kommt jeder hin aus ihren Höhlen. Ja, ja. Ich sag mal, kommt die wirklich hier raus? Ja, ja. Oh, da zeigt das Lager. Vorsicht. Nicht wollen. So, sie müssen die Monsterspinne töten hier. Ich hab fünfmal Gift, ich kann mich gleich nicht mehr überlegen. Ich bin total tot, fast. Verderbnis nimmt Zugang. Raus, raus, raus. Ach, der Mann. Fuck it. Aber hier müssen die sein. Das könnte der Eingang sein, auch zu dem... Zu allem. Ist das ein riesiges Lötensystem? Oh, fuck. Er ist doch nicht wahr. Ich muss erst noch ein bisschen warten, ich bin fast im Borsch. Ja. Komm schon da eine, es ist ja... Oh, ho, 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 ho. Ich hab's schon an, also krieg ich jetzt hier. Lass uns mal anfauen. Oder einfach nur ein bisschen Backup hier an. Aber irgendwie, wie viel Spinnenseine habt ihr? Oder Spinnenfäden her? Ich hab 41 jetzt. Okay. Ich hab 100, aber das ist nicht mehr. Ich habe 60. So, wegschmeißen. Aber in dem Lager müssen die wahrscheinlich sein, die Tänzerin. Wieso? Ich hab das Fleisch gegessen. Das ist nicht wahr. Weil ich auf der Map gedruckt habe. Nee, Tänzerinnen sind. Wenn man der Kaiser, der fast tot ist, kämpft da weiter, ne? Echt? Komm mal wieder zurück, Mann. Kaiser, wir sind hier... Wir haben hier Backup. Abstand. Ach, da, okay. Abstand. Ich bin gleich trug. Abstand. Ich hab fünf... Ich wollte das Fleisch wegschmeißen. Mega Fleisch hier. Willst du denn noch? Bringt das was, wenn ich was esse? Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt rechts abgegriffen. Vergiftung 8. Und jetzt auch noch durstig. Ja, so ein Schlauch dabei. Ja. Oh, wasser, Mann. Nehmt ihr meine Leiche? Nein, was soll denn das? Take Meister off. Lebensmittelvergiftung. Ich bau'n ab. Ja. Das ist ziemlich scheiße, wenn du irgendwie Fleisch wegschmeißen willst, dann... Ich kann ja nicht mal... Schau mal, was hat er gefuttert? Drei Spinnen, die kommen immer weiter zu uns. Oh nein, ich weiß nicht, ob das heute noch was wird. Mein Freund. Komm nicht an seine Leiche übrigens ran. Die liegt da. Ne, komm nicht ran. Warum nicht? Komm nicht ran. Kommst du ran? Kann man nur kurz probieren? Ja, na, na. Jörg? Hm? Soll ich alles nehmen oder was? Nee. Nicht alles. So das Wichtigste. Und die Spinnenseide und das Equipwerk. Vielleicht irgendwie das Langschwert und das Schild. Ich hab' alles genommen. Okay. Dann wollen wir mal probieren. Komm, probieren, ne? Ich will nur mal ein bisschen das Fleisch droppen, was er dabei hat. Der hat hier so viel Schmiede und Fleisch. Der Schmiede ist fast fertig. Dabei habe ich mir halt schon die Vergissung zugezogen. Achso, beim Droppen. Genau, ich wollte es droppen, hab dann draufgeklickt immer und dann hat es geleckt und dann hat es schön gefuttert. Der hat das geleckt. Der Trick übrigens bei der Sache ist, hat er gerade festgestellt, dass du dein Inventar so anordnest, dass du die oberen Punkte nicht, also brauchst sozusagen. Die würdest du gerne behalten und alles, was dazukommt, geht ja da hinten dran. Können wir uns im Lager noch gucken oder das heben wir uns für Wodan auf? Wenn Wodan wieder da ist, ne? Ja, dann machen wir das so. Machen wir das so. Alles klar. Ihr Lieben. Yeah. In diesem Sinne. Auf die Spinne. Weiter weg von der Spinne. Denn wenn sie in diesem Sinne die Spinne auf uns in die Rinne, dann... Oh, da ist die Spinne. Wir nicht gewinnen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, pfui. Spinnemoment. Jetzt. Alles klar. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.